Eines der Bilder des international bekannten Künstlers im Oberland Elmar Beintner hat mich zur folgenden Geschichte inspiriert. Komm eine, was tue ich mit der Angst, wenn sie eine will bei dir? Heint tue ich sie nicht verschicken, heint tue ich der Angst in die Augen blicken. Grüß dich, gemeini, hock dich her da zu mir, ich verspreche dir, dass ich mich heint nicht verliere. Bock aus, deine vielen Sorgen, das verschirme ich jetzt nicht auf morgen. Sie lädt her da, da ist gestritt, die Krankheit, ein Krieg und ein Lug. Ja wirklich, manch einer geht von lauter Angst unter den Zug. Glaub der Angst nicht alles, weil dieses Gefühl kommt vom Verstand. Glaub lieber deinem Herzen, weil dieses Gefühl kommt vom anderen Land. Es wird ganz still dort in mir, weil die Angst ist jetzt vor mir und nur in mir. Ich lasse ihnen, was mein Herz mir will sagen. Gerlindeli, lebe deine Gabe, nimm die Angst nicht alle für voll, weil du, du bist richtig toll. Die Wahrheit, der Mut und die Liebe, sind gerade an meiner Seite. Die Angst kann bleiben, aber ich lasse mich von ihrer Nummer leiten. Das Vertrauen nimmt mich an der Hand. Ich ziehe mir jetzt an ein anderes Gewand. Schritt für Schritt in ein freies Leben, welches der Herrgott mir hat gegeben. Garantin habe ich keine. Garantin braucht die Leute Angst. Weit lieb braucht nichts und das ist fix.